So guten Morgen Leute, Tag 2 unserer Tour. Wir machen heute ein bisschen Kultur. Königstein steht auf dem Plan. Erst noch das Frühstück und mir ist jetzt grad die Hust rausgefallen. Scheiße! Und ja. Das kann man jetzt auch anders aufpassen. Schmeckt nach Sprache. Es pisst schon wieder. Ja. Oh, macht nichts. Ich gucke mir nur lange in die Tabochen aus. Kollege, weiter geht's. Königstein hat uns hinter uns gelassen. jetzt geht es Richtung Pfaffenstein. Marco hat sich diesmal verkleidet als schöne gelbe Pustoblume. Bequemer Aufstieg, da gehen wir nicht lang. Aufstieg Nadelöhr, da gehen wir lang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Leute, gönnt euch mal den Ausblick, zieht es euch rein, ein Traum, das Wetter mal, kein Regen, fantastisch. Na gut, hier kommt man leider nur als Kletterer hoch. Hier geht's. Moin. 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 Juhu. Verhaaren im Regen. Mal wieder. Mal wieder. Genau. Das ist gut am Netzenstein gebildet. Ob es lohnt ist. Ja, jetzt sind wir jetzt an der Barbarine. Wir sind hier ganz alleine. Keine Sau ist mehr hier. Alles für uns alleine. Zieht es euch rein. Gönnt euch das. Ein Traum. Das Wetter spielt auch mal mit. Mal kein Regen. Die ganzen Wolken müssen sich aus wie Geister, die aus dem Wald aufsteigen. Einfach nur mystisch. Wahnsinn. Nein. Ich komme nicht runter. Ja. Hoppala. 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 Oh, wenn ich jetzt nicht nehmle, da kommt wieder auf das Platz vor wahrscheinlich. Achso, ja. Guck mal hier. Gehen wir rein? Oh, diese ganze Fahnen, Alter. Ach. Ach. Alter. Hier ist gar nichts. Scheiße. Alter, nee. Komm. Zurück gehen wir jetzt nicht. Hier ist scheiße. Hier kommen wir auch nicht hoch. Dann müssen wir zurück. Und hier? Wir gucken mal, wo es hier dran geht. Nein. Nee, warum? Komm. Guck mal, hier sind auch Treppen schon drin. Zum bisschen Stufen. Wo geht es denn hier hin? Slaggy. Rutschi, glutschi. Mit der Kamera ist das hier aber auch wieder nur alles semi-produktiv hier. Oh, Alter. Alter, Schwieger. Alter. Alter. Alter, wo sind wir hier jetzt? Ich bin hier dran. Tschüss. Das war's. Dicke, komm mal her. Alter, Schöne. Schöner Arsch. Was mit dir geht nicht ab? Das war rutschig. Dicke, was war das denn eben? Können wir uns nochmal wiederholen in der Zeitlupe? Hab ich leider nicht drauf gehabt. Dicke, komm mal her. Dicke, komm mal. Hab ich voll den geilen Platz entdeckt. Ist das geil? Zeichen. Das haut hier doch glatt die Synapsen aus der Kalotte. Das geht ja wohl gar nicht. Das ist doch nicht normal. Was bitteschön ist hier los? 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 Das ist das für 4el in der Kalotte. Und wie год decoration donutitter. Oh, sassionieren. Oh, sassionieren, no. Oh, gut yaştllen. Vielen Dank.